ja willkommen zu diesen kleinen Video auf Sky Zero ja ich bin hier auf dem minecraft server und team von denen ja auf jeden fall ist das ein wird hier verstanden habe ein city build skype pvp und dann noch ein paar andere sachen auf jetzt kommen wir doch erst mal zum start hier was hier ist jetzt baut man halt das hier kommt hat immer als erstes neue anfänger sich tut das kommt nachher dann noch schicht war farmwelt zu den aränen zum tutorial zu neta zu einkaufs alle zum casino zur kreativen übersicht ja dann unsere änderungen update ist ja eigentlich alles klar das habe ich nicht okay auf jeden fall im sachen account haben die aber auch wo ich überhaupt nicht den link wäre ich unten in der wüberschrank verlinkt also besser ich verlinke alles was allgemein für die server ist jetzt in der beschreibung also kommen wir doch erstmal hier zu den kids diese sachen sind hier zum kämpfen also werde ich jetzt mal ein paar einlösen sich zu reale irgendwie will das nicht für mich sein aber ich bin mir ich glaube ich habe auf die server schon mal gespielt ich bin mir eigentlich ganz sicher hat das jetzt eben kommt mir bekannt vor ich bekomme nur die trost ja ich habe ich darauf glaube ich schon mal gespielt ja auf jeden fall kann ich ja euch jetzt mal erst mal sagen was ich halt so auf dem server gibt es gibt es einmal ein titelbild skypevp das sind halt die sachen ich jetzt so weiß natürlich gibt es aber auch noch zum beispiel wie er ja wie ich aber schon vorlesen habe okay gibt es hier aber auch um ja das kräftige jetzt bin ich glaube ich bis kräftige angelangt war okay ich kann nicht gut kämpfen auf jeden fall hier skype vp anspieler gehe ich jetzt aber nicht wieder rein weil ich keine noch mal zu sterben ist eigentlich alles klar hier mit zwei löscht was alle items sind auf welt löscht wie ich aber auch ziemlich gut casino gewinn uhr verliert ein geld okay ich glaube ich weiß wie das geht ja auf jeden fall nein hat er bei ihnen bin ich halt gerade klären hier da sieht ja bruch mein name und dann den klein nico hat ja fahren wird 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 nimmt sich schon auf ja halt hier fährt die platt welt fahren wird zwei leute fahren gerade und hat den leute die also der server ist eigentlich schon ziemlich gut besuch doch ich habe halt eigentlich immer gerne also ich hab hier drauf weil ich noch nie gespielt als ich kenne mich nicht trägt auf darf ich ja was mich etwas stört dafür könnt ihr eigentlich glaube ich nicht besser der owner von dem server dass der shit halt übers ganze zu voll spammt wird sage ich jetzt mal so dazu da kannst du nichts dafür glaube ich hoffe ich hoffe ich höchst ja also dass ich ein ganz normales blot system lassen doch mal zu ich hab ich doch schon toll ja lass uns doch mal zum tutorial willkommen bei den skype äh skype blut 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 äh blut blut boah das hat doch ich hab keine Lust zu lesen ja die haben auch eine webseite wie ich jetzt hier sehe ich gleich mal den befehl dafür eingeben ja wenn ihr das lesen wollt könnt ihr einfach mal auf pause drücken und jetzt mache ich mal ich habe mich noch nicht mit den owner hier besprochen deswegen weiß ich auch nicht genau ob die teamglieder suchen ja also da möchte ich mal sehen ich bin ich bin ich gerade um blablabla lobby ja auf jeden fall war es das eigentlich fand den server hier wenn ihr noch mehr viel auf den server hier sehen wollt sagt es mir einfach besser schreibt es ist auch einfach in die mutare aussehen wenn ihr vorstellungen haben wollt von mir dann könnt ihr einfach die ip beschreibung packen oder ich wäre auch mein disco name und halt die ip in der beschreibung verlinken also wenn ihr da der jetzt nicht so einfach rausgeben wollt dann könnt ihr mich aber auch einfach zu sein privat anschreiben ja auf jeden fall war es das eigentlich von diesem video und ciao